Moin Leute, wie geht es euch? Heute gibt es für euch wie der Titel schon verrät ein Best of Paul-Panzer-Ausrester. Ausrester. Hey, komisch, ich kann das Wort Ausrester nicht sagen. Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Viel Spaß. Weck! Ah! Das gibt's doch nicht! Ich hab dich mehrfach getroffen! Du ein Drecksack! Ich hab getroffen! Da, da, zweimal, das gibt's doch nicht! Ah! Ich hab Angst, geh weg! Komm! Ich hab noch getroffen! Und dann noch was? Ich hab's rausgedrückt, aber es passiert nichts! Ja, toll, dann hast du's auch nicht! Nein, du musst, glaub ich, auch drücken! Ich bin fast! Du musst auch... Boah, ich bin tot! Ich hab' keine Lust mehr! Ich bin voll tot! Die sind immer grün! Ich hab' jetzt eine grüne am Boden! Bitte die nehmen! Wenn du noch einmal das Wort grün sagst! Die sind immer grün! Toman! Ja! Mach doch bitte! Ich bin tot! Ich bin tot! Kaya, wenn ich jetzt sterbe und du stirbst auch, rette mich! Weiß ich nicht, warum du wieder stirbst! In jedem... Stipst! Rette mich einfach! Und hör auf zu sagen, wie du stirbst! Stipst! Außerdem heißt es stirbst, nicht stirbst! Du stirbst! Du stirbst! Bei uns sagt man, das stirbt raus! Und wenn dieses 81 schreibt, du bist salty, dann dreh ich durch! Foto von mir? Ey! Jetzt bist du wieder tot! F-U-C-K! Warum bin ich... Ich lieg' hier schon wieder! Wo kann man das denn eingeben? Spielerball, Lichter, Schimpfwortfilter, Tutorial-Tipps! Jetzt ist da ein Buch! Da steht nix! Keine Ahnung, was man hier machen muss! Jetzt ist da ein Buch! Wo ist denn die Kollisionskacke hier? Wo ist das? Geht wohl nur in der Lobby, ich weiß nicht! Bist du salty? Nein, überhaupt nicht! Ich suche nur die Scheißfahne! Ich verstehe jetzt nicht diesen Kurs, hab ich nicht verstanden! Kannst du mal ganze Sätze... Hey, was hättest'n? Was? Hast du geschlagen? Na? Hör mal, wenn du... Wo ist denn der Lamm? Hä? Was? Kennst du das nicht, wenn du mehr als einen Gedanken im Kopf hast? Hast du jetzt Alter 4 gedrückt? Das nervt so! Jetzt bin ich hier an irgendeinem Holz-Ding! Guck dir das an! Ich guck's mir tatsächlich an, weil... Ich darf dir jetzt zuschauen, weil ich hab ja schon eingelocht! Ne, nicht ins Wasser! Hey, wie hast du das denn abgekürzt? Das war richtig cool! Ich bin ein cooler Typ! Ist doch scheiße, das Scheißding! Ach! Wieso machst du auch zweimal denselben Fehler? Du lernst aber nichts... Ich mach' den sogar dreimal! Sag mal, wie kann ich auch schnell laufen? Wie kann man ein Spiel programmieren, wo man so langsam geht? Mit Shift... Wie lauf' ich? Mit Shift kannst du ein bisschen schneller... Mit Shift den Bohrer senken! Was steht da? Nein! Ey, ich hab' viel Dioptrien! Wie soll ich das... Ich mach's die Tür zu! Du hast die Tür zugemacht! Nein! Das ist der Geist! Der ist da drin! Jetzt guck doch mal... Lies doch mal vor, was er geschriegt! Wie kann ich das denn sehen?! Siehst du denn ist nicht, was er im Zimmer... Nein! Da steht die, 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 die! Was ist... Es ist englisch! Wie gehe ich denn in die Scheiß-Hocke?! Kaya, wie gehe ich in die Hocke?! Das ist das Problem! Wie gehe ich denn aus der Hocke aus?! Das ist der Geist, der hat die Tür zugemacht! Er jagt uns jetzt! Komm mit! Das finde ich nicht! Das ist der Geist! Der Geist, der jagt, es kann nichts machen! Das ist der Geist! Das ist der Geist! Ich kann... Der... Der jagt dich! Versteckt dich! Paul! 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 eine runde bitte aber ich verstehe das spiel nicht also ich sag's dir noch mal so habe ich ja wirklich nichts mit e drücken sehr gut habe ich ja habe ich jetzt nämlich den epsk ob es genau und jetzt nimmst du noch dann ja in dein buch mit super und jetzt die manche mal die taschenlampe an er macht sie nicht an jetzt mit noch mal auf so zu lachen jetzt hast du das buch in der hand das brauche ich geh mal auf den emf wieder bitte das heißt ja das ding nein ja und jetzt die färbedienung jetzt die rechte maus was heißt emf du spielst ein spiel du hast überhaupt keine ahnung das können temperaturmess gesellen von johann laufer sein mit dem du da einen temperaturmess ich hab das temperaturmessgerät gut rücker ich hab ich hab ich hab ich hab bitte ich hab ich hab wirklich ich hab blöder kack schlüssel elke müsste auch sagt komm mit du gehst zurück in den lkw und sagst komm mit ach guck mal wie das animiert ist wie langsam die gehen das ja wie blickvoll auf meinem atari 2000 sekunden wir haben 2020 wie kann ich ein spiel machen wo die gehen als hätten sie alle in die hose geschissen das ist eine uv lampe damit kannst du finger abdrücke genau und hier aber komm klau mal alles nein das ist eine videokamera ne die brauchen wir nicht mehr nimm das ding nimm diese nimm diese fotokamera mit komm jetzt paul ein runde noch wir haben es fast geschafft nimm diesen foto nimm die ja dann geh doch mal mit deiner blöden jacke da weg du stehst davor man bist du aggro ja weil mich entschuldige dass weil mich das spiel aggro macht guck mal ich drücke auf e e e e e e e und er nimmt diesen ich hab schon drei tachen so leute das war's mit diesem kleinen video ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich sehr über ein like und ein abo freuen wenn ihr noch mehr vorschläge habt schreibt sie in die kommentare die videos und der kanal sind unten wie immer verlinkt bis zum nächsten mal